Jetzt müssen erstmal die Sanktionen schnell umgesetzt werden. Daran wird intensiv gearbeitet von der Kommission und alle Beteiligten auch in den Mitgliedstaaten. Ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen gelingt. Es ist außerordentlich wichtig, dass es diese klare Reaktion gab und sie jetzt auch umgesetzt wird und dass das europäisch gemeinsam gemacht wird. Und dabei wird es auch darum gehen zu überprüfen, nicht nur welche Personen, sondern welche Unternehmen in Belarus auch sanktioniert werden können. Wir werden uns weiter anschauen, welche Folgen das in Belarus hat, ob es ein Einlenken von Lukaschenko gibt. Und wenn das nicht der Fall ist, muss man davon ausgehen, dass das erst der Beginn einer großen und langen Sanktionsspirale sein wird. Denn wir finden das, was Lukaschenko getan hat, derartig inakzeptabel, dass die Europäische Union dazu nicht nur nicht schweigen kann, sondern dass sie sehr gezielt sich in den kommenden Wochen damit auseinandersetzen muss, wie wir den Druck auf Belarus und auf Lukaschenko weiter erhöhen können.